... ... ... ... ... ... ... Oh, das Ding weg. Der kennt das nicht. Oh, das Ding weg. Oh, das Ding weg. Oh, das Ding weg. Wieder aufspielen. Oh, das Ding weg. Oh, das Ding weg. Bangkok! Oh, das Ding weg. Der Mann eing sangt. Der Mann eingangsdiemann. Heide Heide Bremsk! Heide Heide Bremsk! Wer mag uns die Heide Heide Bremsk? Heide Heide! Ich werde 22. Spielminute hoch und unsere SCP! Der Schütze, unsere Nummer 36! Fenix! Fgette! Fenix! Fette! Fenix! Fette! Ein neuer Spielstart! Faderborn! Ein! Börder! Ruhe! Danke! Bitte! Heil-Heidelberg! Der Mann wird Friede Heil-Heidelberg! Heil-Heidelberg! In der 43. Spielrunde am Anfang noch für unseren SCB. Die Torstütze. Unsere Nummer 11. Zerot! Marke! Zerot! Marke! Zerot! Marke! Malabon. Zwei! Ruhe! Danke! Bitte! Das war's für heute. Vielen Dank. Applaus Ja! 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 Applaus Vokum vom MCB, Varselvorszor Nummer 10, Juhuja! 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 Vokum vom MCB, Varselvorszor Nummer 10, Juhuja! Juhuja! Ja! Juhuja! Varselvorszor Nummer 19, Juhuja! 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 Varselvorszor Nummer 18, Warselvorszor Nummer 18 Das war's für heute. Torschützer ist unsere Nummer 7. Britschburg! Kanzi! Britschburg! Kanzi! Britschburg! Kanzi! Und jetzt noch mal einen riesen Applaus für unseren FCB! Wir sind in der nächsten Runde im FB Pokal! Kanzi! itspaportvermö. Kanzi! Kanzi! Sieben! Applaus Applaus